An alle Warmduscher und Warmduscherinnen, eine Warmwasserwärmepumpe ist die perfekte Ergänzung für euer System. Warum? Das seht ihr jetzt. Hallo zu WolfTV, habt ihr euch schon überlegt, welche Alternativen es gibt zur Warmwasserbereitung mit fossilen Brennstoffen? Hier können beispielsweise unsere Warmwasserwärmepumpen zum Einsatz kommen. Wie funktionieren denn diese? Die Warmwasserwärmepumpen bestehen aus einem Trinkwarmwasserspeicher und einem Wärmepumpenmodul. Das Wärmepumpenmodul nutzt die warme Raumluft in Verbindung mit Strom, um warmes Wasser zu erzeugen. Bestens geeignet zur Aufstellung sind Räume, in denen sowieso schon Wärme vorhanden ist, beispielsweise der Heizkeller oder auch der Waschraum, in dem der Wäschetrockner und die Waschmaschine stehen, oder auch der Raum mit dem Kühlschrank. Richtig. Und außerdem fällt die Integration in ein bestehendes System sehr einfach. Zudem kann der Strom von der eigenen PV-Anlage bestens zur Warmwasserbereitung genutzt werden. Und der fossile Wärmeerzeuger kann im Sommer ausbleiben. Damit badet es sich doppelt gut. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.